Ich mache mit zum Gewinnen. Ich denke, jeder macht damit, dass er auch gewinnt. Sicher ist es auch ein Vorteil, wenn man sich mit der Erfahrung ein bisschen austauscht und alles. Ich war eigentlich nicht um das Gewinnen gegangen, sondern einfach zum Mitmachen, Erfahrung sammeln und Spass haben. Ich muss alles einhalten, die ganzen Abstände, die Höhe, dass die ganzen Abstoßsicherungen gewährleistet sind. Dass auch die anderen, die das Gewiss brauchen, die Sicherheit da ist. Hier die Planzeichen, die Ausführung nachher, auch der Zeitdruck manchmal, ist auch ein grosser Faktor. Man hat es schwer träge, aber da gefühlt man sich dran. Du musst nicht mehr ins Fitnessstudio studieren. Das ist definitiv nicht. Es ist wie die kleinen Kinder. Früher mit Lego spielen, muss man jetzt als Erwachsen noch ein bisschen Sachen zusammenbauen. Eigentlich muss man noch schnell arbeiten können. Eigentlich muss man auch schwindelfrei sein. Loser Silala Dürer Das ist richtig. Das ist mein Geburt. Es ist ein Spaß.